Schade, 1,3 vorne. So, der Geck ist mir kurz eingepennt. Herr Bremen, ich würde sagen, wir können hier eine Pause machen, oder? Dann gehen wir alle ein bisschen pennen und machen nachher weiter. Brauchst du nicht entschuldigen. Training habe ich gemacht, das passt. Das wird schon irgendwie schief gehen hier. Ich muss noch ein paar Bremspunkte üben, aber wie geht das? Also entweder ich leere die Strecken jetzt schneller, weil ich so viel Würze schon gemacht habe, oder... die ist nicht gar nicht so schwer, das ist gar nicht so schwer. Das sind wir dann in Dubai. Ich habe jetzt sogar ohne Hilfslinie sogar die Bestzeit gefahren. Ich bin die Bestzeit gefahren. Ich werde diesen komischen Abkürzeln nehmen. Schau, du kannst hier komplett durchfahren, das habe ich ja eben noch mal erzählt. Jetzt bin ich sogar eine 0,6 Sekunden vor der Bestzeit. Ja, ne, ich muss ja noch vorne fangen machen und dann rennen, also... Wird dann bis 10 dauern, Minimum. Von daher, weiß ich nicht. Du wirst. Ich bin jetzt wieder. Ich bin locker. Ich bin locker. Ich bin locker. Ich bin locker. Wir sind in der nächsten Runde. ok das war jetzt so abkürzen klar aber theoretisch würde das auch gehen das war halt heftig schon mal es wäre fast eine Sekunde noch besser hier da muss man ein bisschen aufpassen da törbst du das meine ich ja mit keiner richtigen strecke die einfach nur so hingepinselt hat so 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 nicht zu spät anzufangen wäre vielleicht besser oder ich komme das Essen kurz hinlegen und dann weiterfahren ich kann ihn nicht so lange schlafen so 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 ich will sein heute kommt es schon das nächste Spiel und theoretisch das ist es zu sehen aber macht schon so viel Spaß das zu lernen und so was macht schon so viel Spaß das zu lernen wird man hier Zwischenstand speichern dann glaube ich habe ich noch 13 Minuten was ich noch kurz machen will bevor ich da hingehe sorry für das ganze auf jeden Fall noch mal kurz hier mit den Reiter kurz formen hier nur eine Minute ich habe zwar das ganze Teil hier aber scheinbar ja ich werde dann kurz hier noch mal machen wir noch ein paar Minuten hier machen wir noch ein paar Minuten hier also Update da werde ich was essen und mich hat dann kurz hinliegen heute glaube ich habe ich weiß ich nicht ob ich heute noch schauen muss wegen Arzt und so mal gucken ist ja meistens nachmittags initialisiere was initialisierst du denn ach so vielen Dank spielbar tschüss ja auf geht's nur schnell also dort habt ihr gestern Abend gesehen hat es auch nur eine Minute gedauert weil sonst schaue ich das nicht hier ich muss mich eh noch vorbereiten für das ganze Scheiß Addon und alles dauert ja fünf Minuten mein Freund ich weiß ihr scheißt mich alle zusammen und ihr mögt es nicht aber ich kann auch aufgehen also also ich mache das nochmal auf es geht noch fünf Minuten kurz rein was machen wir wieder raus tut mir sehr leid dass ich dich anpiste oder anpiste aber ja was soll ich sagen gehört zum Programm ich habe sechs Stunden Dreamfall gespielt oder fünf Stunden bin jetzt dann sechs sieben Stunden Formel 1 gefahren jetzt mache ich fünf Minuten wow und ich versuche das hier seit neun Jahren und kriege das nicht also weiß ich nicht muss man halt verstehen was man macht und ich spiele mit Lenkrad ich spiele mit Lenkrad war super geile Rennen haben wir gehabt der Ainz geil hier wird ja ganz schnell hier nur schnell hier den Kopf hauen ich spiele mit Lenkrad zwei gichtig über das Lenkrad hier aber geht schon der Scheiß kommt da geht darum der Typ droppt sich des Mountes was er hat das Pferd und das versuche ich halt schon seit Burn the Crusade zu kriegen so fertig das war's mir ist nicht drei versuche schon und nichts bekommen aber ich habe glaube ich diesen komischen Besen oder kann das sein schau mal wir mal kurz raus das ist halt so ein Halloween Special immer der kommt der kommt nur jedes Jahr zu Halloween zwei Wochen oder so und nur dann kann man es machen ich probiere es seit 2007 glaube ich oder so solver und summons and dismiss a ridable magical ja geil hier hier auf so einem Scheiß da leiten auf dem fliegenden Wesen hier kann man auf dem fliegenden Wesen leiten hier falsche Maus gut ich kann ja auch die nehmen ist ja scheißegal und ich probiere halt seit Jahren das zu bekommen aber das geht halt nicht hat das schon jeder wieder lacht mich ja schon fast aus und ich habe es halt nicht von daher war es das eigentlich schon mit dem Schwan hier das ist aber ganz witzig kannst du ja noch Masken so anlegen und so dann haben wir so ein Blödsinn dann kannst du irgendwelche Süßigkeiten hast und alles mögliche halt hier dann habe ich ein Pad bekommen hast und alles Blödsinn eigentlich nur ist mir ja nicht wurscht ich wollte nur das Mount haben das ist doch mal eine typische Frisur die ich immer mache bei jedem Spiel Zopf und die Haarfarbe wenn es geht wer mich schon länger kennt wisst ihr dass ich in jedem Spiel irgendwie Zopf mache oder so wisst ihr ja schon wenn ihr schon länger dabei seid beim Gäcksle Keep racing Na gut Sarang Tool das war schon das war schon dann könnte ich theoretisch wieder raus gehen und was kannst du mit deinen verschiedenen Charakter machen Hallo Hallo Greetings Greetings Echt hast du nie gespielt? Ich finde sollte man mal mitmachen sein Spieleleben hier Ich habe ja jetzt ein Jahr Pause also ne seit September 2013 spiele ich nicht mehr also ja ein Jahr einen Monat 13 Monate keine Ahnung und kam jetzt ein großer Patch raus und ja hat sich jetzt beim Palla nicht viel geändert und meine Flügel sind weg meine Flügel und meine komische Aura ist weg hier aber nichtsdestotrotz lege ich jetzt eine Pause ein nach 11 Stunden 44 werde jetzt ein bisschen was essen werde jetzt ein bisschen was essen dann ein bisschen versuchen zu pennen und dann geht es nachher weiter benötigt die Teile dann installiert mit Racing hier dann bedanke ich mich für das Zuschauen wir haben ja lange Spaß gehabt war jetzt irgendwie doof spät angefangen die Nacht durch waren jetzt nicht ganz so viele da was hatten wir heute Max 40 ja aber hat gepasst dann wünsche ich euch falls ihr schlafen geht äh süße Träume schlaft schön falls ihr den Tag vor euch noch habt also oder irgendwie weg müsst dann lasse ich mich ärgern Schule und Arbeit ja und dann wie gesagt bis später Servus fiert eigentlich und macht's gut Ladies hey so Forrest können wir auch mal wieder spielen hier ich habe wieder ein Update hier bei so Forrest cool wohl wieder mal im Wald rumlaufen gehen ich habe sie auf den Tieren habe ich gesehen zu zumindest jetzt sogar direkt er gab es bisher noch da